Aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 18, die Verse 1 bis 6 und 10. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er erseuft wurde im Meer, wo es am tiefsten ist. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Matthäus, Kapitel 18, Vers 1 bis 6 und 10 aus der Lutherbibel von 2017 der Deutschen Bibelgesellschaft Gelesen von Helge Heinold